Also manchmal ganz ähnlich. Manchmal frage ich mich, was die Leute da machen in ihren Autos. Was hört sich da so an wie so ein Blockaufventil? Das ist wahrscheinlich eins. Habe ich keins. Ja, der lässt den Druck halt ab vom Tor. Muss er ja machen, sonst wird das ja voll gegen die geschlossenen Ventile klackern. Das ist nix, was Erbsorger bereiten sollte. Habe ich aber noch nie gehört, so in der Ausprägung. Aber heute Morgen haben wir auch schon gehört. Ja genau, das habe ich seit heute zuerst mal gehört. Das war eine sehr schöne Linie gerade. Sollte raus. Ja, das war schon. Sollte raus. Ja genau, das war die Aufruaca. Sollte raus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020